In diesem Video zeige ich dir, wie du in wenigen Schritten eine Fliege binden kannst. Lege die Fliege um deinen Hals, sodass beide Seiten gleich lang herunterhängen. Kreuze beide Enden möglichst nah am Hals und mache einen Knoten. So legst du fest, wie eng deine Fliege später sitzt. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Nimm das rechte Ende in deine rechte Hand und falte den bauchigen Teil in der Mitte. Wickel mit deiner linken Hand das andere Ende mittig um das Frontstück. Achte auf das kleine Loch beim Daumen. Hier fädelst du das Ende von links nach rechts durch und ziehst die Schleife fest. Klappe deinen Hemdkragen nach unten und fertig ist deine selbstgebundene Fliege, die übrigens immer etwas asymmetrisch sitzt. Du hast also alles richtig gemacht.